Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir klären heute, bereue ich es, dass ich den Laden zurückgekauft habe oder nicht? Spoiler, ich bereue sehr, 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 sehr viel. Meine Lieben, ich sage euch jetzt mal zuerst Sachen, die ich ganz doll bereue und zwar auch vom ganzen Herzen, wo ich mir vorher keinen Kopf gemacht habe. Ich nenne das ganze Kioskthema sowieso zurück zur Ex. Ich war schon mal mit dem Kiosk zusammen, wir hatten eine geile Zeit, aber als Schluss hat man sich auch gedacht, ja ist besser so. Und jetzt sind wir wieder zusammen und es ist wieder schön und es ist auch wieder nervig schlimm. Kommen wir zur ersten Sache, die ich bereut habe, die Kaffeemaschine. Früher war es so, ich habe eine Kaffeemaschine gekauft, weil ich ja im Backshop war mit Brötchen, belegten Sachen oder natürlich auch Streuselschnecken, Amerikanern, es gab alles. Und dann dachte ich, ja komm, wenn ich den Laden wieder mache, schöne Kaffeemaschine, heutzutage kannst du leasen. Jetzt ist das Problem, wir haben damals einen Vertrag unterschrieben, ich glaube der ging 5 bis 7 Jahre. Kaffee läuft absolut gar nicht, die nette Dame vom Solarium ist gefühlt die einzige Kundin. Und dementsprechend, ja, haben wir jetzt hier eine Kaffeemaschine zu stehen und verkaufen keinen Kaffee mehr. Plus, das nächste Problem ist, wir sind ja eine DHL-Station. Wir könnten jetzt sogar eine größere DHL-Station werden, da müssen wir aber hinten das Waschbecken rausreißen, um dass wir mehr Sachen lagern können. Ohne Waschbecken erlaubt uns das Hygieneamt aber nicht mehr die Kaffeemaschine drin zu haben. Wie ich gerade erzählt habe, wir sind ein DHL-Shop und wir kriegen richtig viele Pakete und wir machen auch super Umsatz im Online-Shop vom Kiosk und anderen. Und ich und Ron verstehen uns sehr gut und irgendwann kam sein großer Hype, Tornado, alle feiern's. Und da habe ich mit Ron zusammen Merch gemacht. Rons Merch wurde immer nach Bestellung produziert. Da war der Gewinn kleiner, aber du hast ihm keine Ware gehabt. Ich und Ron verstehen uns gut, das wisst ihr alle, also haben wir das zusammen gemacht. Und ich kann euch sagen, in einem Monat haben wir mal 50.000 Euro Umsatz mit T-Shirts gemacht. Also dachte ich, Fuchs, wow, ich bin ganz schlau. Ron, wir machen einen Merch. Und dann haben wir mit Ron den Merch selbst gemacht, dachten, komm, wir produzieren vor, nehm 50.000 Euro in die Hand, weil die Ware geht ja weg wie nichts. Das Problem ist, die Ware kam an und drei Tage später ist dieses Video online gegangen. Ja, und nachdem Ron alle als Geringverdiener betitelt hat, ist natürlich der Umsatz nach unten gegangen. Der erste Hype war vorbei. Und so muss man sagen, ja, boah, ich glaube, das war ein richtiges Nullgeschäft mit einem leichten Plus, weil am Anfang haben wir natürlich durch Ron Merch nicht das mal gut Gewinn gemacht. Hinterher hatten wir noch ein bisschen Ware über, könnt ihr jetzt im Onlineshop vom Kiosk für ein Apfel und ein Ei kaufen. Kommen wir zu dem Thema Mitarbeiter. Die beiden Kollegen sind aktuell am längsten da und sie machen auch das, was die Mitarbeiter am meisten machen. Rumstehen und nichts. Das Problem mit den Mitarbeitern und ich könnte euch jetzt schon wieder 5 Millionen Sachen sagen, komm, wir starten hier, der Laden ist gerade umgebaut, ich bin happy und wir sind auf einem Niveau, was gut ist. Aber ich laufe jetzt nur einmal rum und zeige euch tausend Sachen, die mich aufregen. Okay, hier hätte man vorziehen können. Hallo! Knabemalz, sind wir die Einzigen, die es haben? Kann man auch vorziehen, war heute Morgen schon nicht vorgezogen. Ich frage mich, warum hier nur drei VitaVate Flaschen rumstehen. Ich frage mich, wer das gemalt hat. Ich vermute mal Jan. Dann, hier Regel Nummer 1, wenn eine Tabak-Sorte nicht mehr da ist, fächert man die anderen, dass es voll aussieht, lernt man an jeder Tankstelle. Wie es da unten aussieht, wollen wir gar nicht drüber reden. Naja, also es ist ganz viel. Und, das wollte ich euch final zeigen, und das regt mich immer auf, die stehen den ganzen Tag ja auch hier rum und am Handy. Warum wischt man es nicht einmal kurz ab? Meine Lieben, ich stehe neben unserem ehemaligen Twitch-Setup. Wir haben ja im Kiosk am Anfang immer Twitch live gemacht, zu jeder Schicht, 24-7 gefühlt. Die Problematik war, es hat Spaß gemacht, das war auch cool, und ihr wart auch dabei. Aber A, irgendwann hat es sich nicht mehr gelohnt, weil die Mitarbeiter so viel zu tun hatten, dass sie gar nicht mehr auf den Chat eingehen konnten. B, was wir nie erzählt haben, ich jetzt machen kann. Wir hatten zu Top-Zeichen, ich glaube, an einem Tag waren mal 30 Lieferanten da und wollten mir eine Pizza bringen. Abfuck hoch 1000. Die Polizei, Berliner Polizei, Beste trotz allem, wenn ein Notruf kommt, müssen sie dem nachgehen. Und es gab Tage, wo sie gesagt hat, die Polizei an sich, Leute, ihr macht für heute bitte aus, weil es so viele Anrufe gab. Jemand, Messerstecherei im Kiosk, jemand wird hinten festgehalten, Prügelei, Überfall. Zu schlimmsten Zeiten musste der Kassierer wirklich, weil die Polizei mit gezückter Waffe reingekommen ist, weil der Notruf so schlimm war, auf die Knie gehen wie bei GTA und Hände hinter den Kopf machen. Und das hat dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, weil man dachte, ey, man gibt sich Mühe, man will dabei sein, irgendeiner dreht frei, dadurch leiden alle anderen, die den Twitch-Stream geliebt haben. Aber was kann ich euch jetzt sagen? Es ist nun mal wie es ist, ich bereue nicht, dass ich ihn ausgeschaltet habe. Plus, wir sind ja immer live auf TikTok, dreimal bis viermal die Woche, plus wir machen ja jetzt noch einen Twitch-Stream aus dem Studio, wo wir Top-Sachen auspacken. Und das ist geil, so macht Spaß, plus es gibt ja noch den Kiosk-YouTube-Kanal, wo man alle Neuheiten immer sieht. Dann eine Sache, die ich total bereut habe, ist mein Freund Pascal. Der war ja am Anfang Kiosk-Geschäftsführer und hat den Job nur so la la gemacht. Ich und Pascal arbeiten seit über zehn Jahren zusammen und für die Position, wo er gut ist, ihn einsetzen, funktioniert total. Geschäftsführung war nicht so seins Buchhaltung, Abheften, naja, da hatte ich hinten raus Stress. Und dann hat es immer mehr Reibereien zwischen mir und Pascal gegeben, was echt ärgerlich und schade war für unsere Freundschaft. Und irgendwann hat dann auch Pascal gesagt, du Aaron, ich fühle es nicht mehr, ich bin raus. Da habe ich gesagt, okay, war sauer auf ihn. Dann hat man sich aber wieder zusammengefunden, er war auch immer weiter Mitgründer. Und dann hat er irgendwann gesagt, du Aaron, guck mal, ich will das, das machen. Da habe ich gesagt, mach. Und deswegen macht er jetzt zum Beispiel TikTok live und den Online-Shop, was er in meinen Augen Weltklasse macht, weil das genau seine Stärken sind. Übrigens, als wir den Kiosk geplant haben, haben wir hier eine Kühltheke mit hingestellt, weil wir dachten, wir verkaufen Bockwurst und Belegte. Das Problem ist, das Hygieneamt hat Nein gesagt, trotz der Spüle da hinten, weil man muss so viel beachten, wir brauchen Kühlung und das wäre ein Aufwand, der wäre riesengroß für irgendwie drei belegte Brötchen verkaufen. Deswegen haben wir da jetzt unsere Vapes drin, aber es wird bald umgebaut. Kaffeemaschine kommt raus, weil hinten kommt ja die Spüle raus. Vapes gehen nach da, die ganze Kühlung kommt raus. Lotto zieht von da nach hier, weil wir wären ja die größere DHL-Station und darüber freue ich mich sehr. Und das kann ich jetzt einmal vorne hinweg sagen. Ich freue mich sehr, den Laden übernommen zu haben mit Lotto und DHL, weil das sind krasse Kundenbringer. Was ich übrigens total bereue, ist dieser alltägliche Abfahrt mit dem Kiosk, den ich miterlebe, den ich eigentlich nicht will, aber er ist da. Zum Beispiel kann keiner was für. Letztens haben sie probiert, nachts einzubrechen. Ja, wir haben hier eine Tür, die war schon vor 20 Jahren drin. Die ist stabil, die ist safe, aber durch das Brecheisen ist sie jetzt komplett verzogen. Wenn sie drin ist, ist sie zu, aber das normale Auf- und Zuschwenken ist ein Pain schlechthin. Es nervt einfach nur. Wir klären jetzt gerade mit der Versicherung und allem drumherum ab, dass wir eine neue Tür kriegen. Versicherung dauert alles, gefühlt Jahrtausende. Das heißt, vielleicht kriegen wir die neue Tür, wenn ich dann in Rente gehe. Eine zweite Sache, die mich total abfuckt und da könnt ihr mal schreiben, ob ich es weitermachen soll oder nicht. Ein Greifer. Wir haben von den Kollegen von Red Bull den Greifer gekriegt. Ganz toll. Man kommt rein, sagt, darf ich bitte greifen? Man kriegt eine Münze, alles kostenlos. Um die Ecke sind ein paar Schulen. Da kommen die Schüler jetzt immer. Ah, sie kriegen nicht bitte und danke hin. Dann kommt einer für fünf Fragen. Die Kinder kriegen nicht mehr hin zu fragen, hey, kann ich bitte einen Chip haben? Danke. Kriegen sie nicht hin. Mich fuckt es jedes Mal ab. Ich bin auch so frech und sage, Leute, komm morgen wieder. Pascal, Jan, Dennis, Schröder, Leon geben dann manchmal eine Münze raus mit Belehrung. Aber das fuckt ab. Die Kinder stehen dann hier auch in der Meute. Alle greifen. Sie kriegen gratis Sachen geschenkt. Im besten Fall kriegst du eine gratis Hitchi-Tüte. Und die kriegen, also wirklich, das ist eine Sache. Und dann denke ich mir so, der Platz dafür, dass die Kinder alle undankbare Penner sind, weiß ich nicht. Nervt mich auch total. Und wenn ich schon dran denke, ihr kriegt mit, mein Modus ist gerade in genervt sein, weil ich mir den ganzen Kindern so denken würde, den Greifer kriegt er umsonst. Eine Sache, die mich als Aaron sowieso abfuckt, ist, guckt mal hier, Doppelkinn, dicke Plauze, woran liegt es? Wir haben natürlich geile Sachen. Ja, hier, Crispy Schokobongs. Es gibt nichts Geileres. Und ich habe das Büro um die Ecke. Das heißt, ich komme einmal am Tag rein, habe hier einen Deckel, sage, ey Leute, schreibt auf, nehmt es mit und macht naschi, naschi, naschi. Und dann wird der Aaron dicki, dicki, dicki. Und das nervt mich. Ja, ich könnte zum Sport gehen. Ich habe es auch gemacht, aber ich muss so viel arbeiten. Ich muss so oft im Kiosk sein, mich über die Leute aufregen. Eine Sache, die super gut für den Kiosk ist und was ich nicht bereue, ist, dass es ein Social-Media-Kiosk ist. Klar, Twitch ist vorbei, aber wir machen ganz viel Instagram. Wir machen YouTube und haben hier so Formate wie Höhle der Sammler, die ich über alles liebe, wo so mein privates Sammlerherz rauskommt. Und das feiere ich eben nun mal total und würde ich jederzeit wieder machen. Was ich total feiere, ist, dass mich der Kiosk mit anderen YouTubern und Influencer-Kollegen zusammengebracht hat. Ich zeige euch mal alle Produkte, die von anderen Creatoren sind, die wir hier verkaufen und was ich liebe. Sizzle Brothers, haben wir die Soßen da. Kommt, Timo, schnell. Wir sind der einzige Laden, der Knabe mal es da hat, weil Herr Knabe uns das geschickt hat. Geil, ich würde sagen, Hitchies, muss man auch einmal sagen. Der Philipp ist ein Influencer, wir haben uns über den Kiosk kennengelernt, ist einer meiner besten Kumpels jetzt. Philipp, mega Typ. Wir laufen hier rum. Axel Schulz-Soßen, Mr. Beast-Sachen, Troschis von Knossi Alge. Ich sage, Bad Spencer und Terence sind auch Influencer-Kollegen. Wir haben ihre ganzen Getränke da. Dann haben wir Slepland da. VitaVate, Mio, Prime, Gönnegy die ganze Reihe. Dass wir alle Markus Rührigel haben, ist doch sowieso klar. Wo ist das Insolito-Kartenspiel? Haben wir natürlich auch da. Kleine Fun-Geschichte zu Dr. Zokos. Wir haben am Anfang des Kiosk mit ihm eine Aktion gemacht. Jeder, der ein Buch bestellt, kriegt eine Unterschrift. Und Michael kam vorbei, hat dann hier 3000 Bücher signiert oder 4000. Und dann kam die Bestellung rein. Ping, 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 ping. Super Umsatz, war mega geil. Und dann dachte ich mir, komm, das können wir doch nicht als Paket verschicken, sondern günstiger. In einem Umschlag, Adresse rauf mit Hand geschrieben, sparen wir wieder Geld. So ein Euro. Und das waren 3.000 bis 5.000 Bücher damals. Also 5.000 Euro gespart. Dass daran am Ende 10 Leute saßen über mehrere Tage und immer alles mit Hand drauf geschrieben haben. Dann hast du dich verschrieben. Dann hast du mal eine falsche Adresse raufgeschickt. Und dass der ganze Stress mega groß war für, das hört sich doof an, aber so 2.000 Euro Gewinn, musste ich dann auch hart lernen. Jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die mich am Kiosk glücklich machen und wo ich den Spaß hernehme und die Energie weiterzumachen. Einmal Tops, Sammelkarten in den Kiosk reinzuholen, war pures Gold wert. Weil A, mega der Umsatzbringer, besonders die Hobby-Sets, die ein bisschen teurer sind. Marge ist solide, aber das alles, wenn die Leute reinkommen, es kaufen. Mega, im Online-Shop auch dementsprechend. Tops, Sammelkarten waren eine mega gute Entscheidung. Und da kommen wir zu dem gesamten Thema Partner. Absolut Radio, seit Tag 1 dabei, hat mit uns die Kiosk-Konzerte gemacht. Und eine ehrliche Geschichte, als Calvin Jones da saß und gespielt hat und ich daneben stand, sind mir Tränen gelockt. Weil ich mich daran erinnert habe, dass ich als kleiner Aaron im Backshop stand und mir sowas hätte nie vorstellen können. Nachdem Pascal dann zurück in den Kiosk-Kosmos gekommen ist, hat er gesagt, Aaron, ich teste mal was. Hat sich so einen komischen Hut mit Propeller geholt und gesagt, ich gehe abends in den Laden. Hat dann TikTok Live-Shopping gemacht. Und ich muss euch sagen, es hat reingeknallt. Seitdem ist Pascal für mich den Held. Haut Hitchies, Tops, Mio, Gönnegy am Ende über den Stream raus. Und du machst echt geilen Umsatz und mit Produkten, die sehr margenreich sind. Also dementsprechend TikTok, Beste. Pascal, da hast du recht gehabt, dementsprechend hab dich lieb. Beim Kiosk-Konzert hatte ich Pippi in den Augen, weil es mich so glücklich gemacht hat mit Absolut Radio. Aber eine Sache, die ich auch vergessen habe, wir haben hier Nachbarn und die sind alle sehr entspannt. Ein Nachbar mag uns nicht so. Wir haben da eine gewisse Lautstärke, aber es gibt ja auch Regeln für Lautstärken. Und eigentlich habe ich immer mit dem Nachbarn gut so kommuniziert und gesagt, guck mal hier, wir finden eine Lösung. Nebenbei habe ich aber mitgekriegt, er ist dann auch immer petzen gegangen. Und seitdem verstehen wir uns nicht mehr so gut. Und das ist so eine Sache, die ich bereue, der Stress mit den Nachbarn beim Social-Media-Kiosk. Einfach nur buff und total unnötig, weil ich und Anni saßen schon bei dem, haben gesagt, komm, wenn wir hier ein Konzert machen, wir bezahlen dir für zwei Tage ein Hotel. Und alles drumherum, es gab nur Stress und das ärgert mich, weil man sowas natürlich auch mit nach Hause nimmt. Wenn ich ein Projekt anfange wie den Kiosk, bin ich mit Leib und Seele dabei. Wirklich, 24-7 abrufbar. Klar, versuche ich mich zu drücken, aber ich bin immer am Start. Und wir haben ein geiles Team. Dennis jetzt gerade bei Top-Sammelkarten, der Pro verkauft die Dinger, macht die Streams jetzt demnächst mega. Leon, mein eigener Neffe, arbeitet bei mir. Und auf dem Kiosk-Kanal ist ein Video online gekommen, wo man mal Leon gefragt hat, wie es ist, für seinen Onkel zu arbeiten. Ich kann es euch sehr empfehlen. Da kriegt man mit, ich bin hart und herzlich. Wie auf RTL 2. Aber der Jackpot war Schröder. Schröder und ich kennen uns schon ewig, weil wir zusammen auf der Oberschule waren. Und irgendwann war ich mal bei Nettoeinkaufen und da gab es einen Storn und dann hieß es, Herr Schröder, bitte. Und dann kommt auf einmal Schrödi angelaufen. Ich denke, Schrödi, du bist für Jahrleitung? Er so, ja. Und ich habe jemanden gesucht, der einfach committed ist. Der weiß haargenau, ich leite den Laden und ich bin 24-7 am Start, weil ich es fühle. Schröder ist schweineteuer, aber aktuell sein Geld wert. Und ich hoffe, das bleibt so, weil seitdem Schröder da ist, weiß ich jetzt auch, okay. Egal, ob jemand krank ist, ich muss mich nicht darum kümmern. Schröder kommt auch, wenn ein Bein abgefahren wurde. Dann hinkt der hierher und macht den Laden. Und das ist für mich als Geschäftsführer natürlich sehr entlastend. Und zum Ende natürlich eine Sache, die im Kiosk sehr toll ist, dass sie da ist. Komm her, Jan, mein Lieber. Dass Jan ins Team kam, das war das Schönste. Wirklich? Ja, vielen Dank an Rewi, dass du uns vorgestellt hast durch Zufall. Und jetzt chill mal nicht rum. Weil Jan ist auch ein Schlürfi. Der hat den Kiosk damals, nachdem Pascal gegangen ist, übernommen. Hat mir mega den Rücken gestärkt. Jetzt haben wir Schröder. Und jetzt ist er gewechselt ins Herr-Aaron-Team. Hilft mir beim Laden, aber auch bei ganz vielen anderen Projekten. Macht immer zweite Kamera. Also schon deswegen hat es sich gelohnt. Und wie es jetzt weitergeht und ob ich es am Ende bereue, sage ich euch im Studio. Und jetzt ist die große Frage, wie geht es weiter? Ah, wir haben jetzt ein kleines Studio in der Nähe vom Büro und vom Kiosk, wo Breaks gemacht werden. Weil ich liebe das Sammelkarten-Thema. Und es ist eben profitabel. Und es macht mir jetzt Aaron und durch Dennis, dass er im Team ist, super viel Spaß. Also so geht es weiter. Was haben wir noch vor? Wir wollen Franchise machen. Wir haben den ersten, der Bock hat, der auch solide rüberkommt. Wenn wir einen Aufruf gemacht haben, haben sich so viele gemeldet. Aaron, ich will mit dir kurz zu trinken. Wir suchen aber einen Partner, der auch mitdenkt, wenn zum Beispiel Leckerland Zigaretten liefert und eine Stange fehlt, dass er so weit denkt, ich rufe Leckerland an und nicht Jan oder Aaron. Dann wollen wir auch Snackautomaten aufstellen. Da sind wir jetzt am Plätze suchen mit Schulen am Rehen. Wenn du Direktor von der Schule bist und einen geilen Snackautomaten haben willst, schreib uns gerne. Findet ihr alles auf dem Kioskkanal. Geht da auch gerne rüber und lasst ein Abo da. Dazu wollen wir den Online-Shop noch größer machen, mehr Ware anbieten, weil online ist wirklich lukrativ. Und vorhin habe ich es ja schon angeteasert, alleine der Kiosk mit Mitarbeitern ist ein Minusgeschäft. Durch Social Media, Kampagnen, Partner ist es eine solide Null mit ein bisschen Plus. Und durch TikTok und alles ist da auch ein Gewinn drin. Aber für mich ist es eben ein Herzensprojekt. Und wenn ihr jetzt in die Kommentare schreibt, Aaron, bereust du es, den Kiosk nochmal gemacht zu haben? Antworte ich, ja. Aber ich muss sagen, es ist kein Ja, was weh tut. Klar, weil wenn ich den Kiosk nicht gemacht hätte, dann hätte ich mehr Zeit für Freunde und Familie. Könnte vielleicht, sind wir ehrlich, würde ich nicht machen, aber ich rede es mir ein, zum Sport gehen. Vielleicht noch andere Projekte machen, die lukrativer sind. Und ich hätte einfach weniger Kopffick. Deswegen bereue ich es. Aber ich finde es nicht schlimm, dass ich den Fehler gemacht habe, weil ich ziehe den Kiosk weiter durch. Weil mein großer Traum ist irgendwann der Supermarkt. Ich will einen Supermarkt haben. Das heißt, wenn ihr einen Supermarkt abgeben wollt oder irgendeine Firma sagt, boah Aaron, mach mit uns der Supermarkt, meldet euch. Weil am Ende macht das Projekt mega Spaß. Alleine die Sammelkarten von Tops, ich bin so ein Junkie geworden. Ich liebe es. Es ist geil. Aber auch absolut Radio der Möko, mit dem arbeite ich seit Jahren zusammen. Es ist geil. Die ganzen Leute im Kiosk, Jan fürs Team, alle insgesamt vom Kiosk, die gerade da sind, die auch bei anderen Projekten helfen. Das ist mega cool. Und dementsprechend ist die Antwort, ja, ich bereue es. Aber es ist nicht schlimm, dass ich es gemacht habe. Und ich bleibe weiter dran. Und wir wollen beim Kiosk 100.000 Abos haben. Deswegen erster Link in der Videobeschreibung. Und ich sage mal so viel. Ein Jahr werde ich auf jeden Fall den Kiosk noch machen. Zwei Jahre. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich ihn aber auch noch 50 Jahre in der Backe. Das war es von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein Video kommt jetzt ab und an mal, weil es da um mich als Person geht und Sachen, die ihr verfolgt und mitgekriegt habt. Und ich finde, da ist so ein Check mal ganz lustig und ganz interessant. Und vielleicht überlegt ihr auch, einen Kiosk zu machen. Dann können wir einen zusammen machen. Wenn nicht, auch okay. Aber bitte mir nicht schreiben, Aaron, ich will einen Kiosk machen. Hilf mir mal, weil ich kann das nicht. Ich habe dafür keine Zeit und schieße mir den Kopf. Und am wichtigsten ist, habt Mitarbeiter, die cool sind und Bock auf das Projekt haben. In dem Sinne, tschö. Das ganze Möbeljahr da ist alles noch von uns. Aber es gibt noch mehr Gründe. Ein Gründer ist heute nicht da. Wir nennen ihn einfach nur Arschloch. Er hat rote Haare und keine Seele. Du bist Sau. Ja, wirklich. Und ist lieber mit seiner Freundin nach Gomasbach gefahrene Freundin besuchen, anstatt...